Heute kommentieren wir ein Video von The Rich Dad Channel und zwar How Dad Can Generate Income von Robert Kiyosaki. Dabei geht es um die Erklärung was gute Schulden und was schlechte Schulden sind und wie Schulden eingesetzt werden können um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Viel Spaß damit und herzlich willkommen bei Money Talk. Falls die Robert Kiyosaki noch kein Begriff ist, er ist einer der absoluten Legenden wenn es um den Vermögensaufbau geht. Er hat bereits zahlreiche Bücher geschrieben, darunter der Bestseller Rich Dad Poor Dad und er ist ein begeisterter Vertreter vom Einsatz von Schulden und darum dreht sich das Video auch. Sie spricht von allgemeinen Konsumschulden, also Kreditkarten und Privatkrediten, die im Alltagsleben anfallen können. Es hört sich ein bisschen verkäuferisch an, aber sie hat natürlich Recht. Uns wird beigebracht, dass Schulden schlecht sind und wir möglichst schuldenfrei leben sollten. Schulden werden daher immer mit etwas Negativen assoziiert. Klar, einerseits sollte man eine Kreditkarte nur verwenden, wenn man mit Geld umgehen kann und einen Überblick über seine Ausgaben hat. Was halt auch stimmt ist, dass man heutzutage kaum noch etwas buchen kann, ohne eine Kreditkarte zu besitzen. Also, es gibt gute Schulden und schlechte Schulden. Robert Kiyosaki als Investor weiß, wie man mit vielen Schulden umgehen kann und da bin ich sehr gespannt, wie er das Prinzip der Schulden erklären wird. In Amerika ist es ein Riesenproblem, dass junge Leute hochverschuldet sind, weil die Hochschulen so teuer sind. Diese Schulden sind aus seiner Meinung schlecht, weil sie Privatschulden sind. Als Unternehmen kann man einen Konkurs anmelden und die Schulden sind Geschichte. Man haftet nicht mit dem Privatvermögen. Bei Privatkrediten schaut das ein bisschen anders aus. Er spricht von einem Problem, das sehr aktuell ist. Wir haben sehr viele Leute, die einen Hochschulabschluss haben und machen, aber der Markt braucht gar nicht so viele Fachkräfte. Das heisst, es kann gut sein, dass man viel Geld für eine gute Schule und einen guten Abschluss ausgibt, aber im Endeffekt kann man dann den Beruf nicht ausüben, weil es zu wenig Stellen gibt. Damit einher geht sein nächster Punkt. Durch die Technologie werden viele Berufsgottungen abgelöst. Das heisst, es braucht immer weniger Fachkräfte, da deren Tätigkeiten automatisiert und optimiert werden. Wenn man sich dazu entscheidet, Schulden aufzunehmen, um eine Schule zu besuchen, dann sollte man das nur machen, wenn man die Schule dann effektiv auch abschliesst und man sich bewusst ist, als was man abschliesst. Eben in Anbetracht auf die wandelnde Wirtschaft und den Stellenmarkt. Diese Übersicht ist weltweit der Standard in der Buchhaltung. Oben ist die Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben und unten wird die Bilanz abgebildet, also die Gegenüberstellung von Vermögen und Verbindlichkeiten. Hier sieht man, warum ein Haus keine Anlage ist, sofern es sich zum Beispiel um ein Eigenheim handelt. Das Haus und die damit verbundenen Kosten, wie zum Beispiel Hypotheken, werden in der Bilanz als Verbindlichkeit geführt. Er führt auch ein Auto als Schuldposition auf, was sehr von der Situation abhängt. Wenn das Auto mit Fremdkapital, durch zum Beispiel eine Finanzierung, gekauft wurde, dann gehört es in die Verbindlichkeiten. Die Grundbegriffe der Finanzen sind Einkommen, Ausgaben, Vermögen, Verbindlichkeiten und Cashflow. Diese Begriffe sollten zum Allgemeinwissen dazugehören, auch wenn man nicht als Buchhalter tätig ist. Hier war ein bisschen schnell. Durch einen Job erhält man Einkommen. Wenn dieses Einkommen dann für Dinge auf der Verbindlichkeitsseite wie zum Beispiel dem Eigenheim ausgegeben wird, dann verlässt das Geld über die Ausgaben die Gesamtbilanz. Es kommt rein, wird für Verbindlichkeiten verwendet und verlässt unsere Bilanz über die Ausgaben. Das finde ich eine super Erklärung zu Vermögen und Schulden. Wenn es Geld reinbringt, dann zählt es zum Vermögen und wenn es Geld kostet, dann zählt es zu den Verbindlichkeiten. Ein Haus kann also sowohl zum Vermögen als auch zu den Verbindlichkeiten zählen. Es kommt nur darauf an, wofür man es verwendet. Verdient man damit Geld, dann zählt es zum Vermögen und wenn man selbst darin wohnt, dann ist es eine Verbindlichkeit. Er hat mit einem kleinen Haus angefangen. Dieses hatte natürlich Schulden drauf. Er konnte es aber vermieten und von den Mieteinnahmen einerseits die Schulden decken, plus machte er damit jeden Monat 25 Dollar Profit. Also ist dieses Objekt Teil seines Vermögens. Alles kommt von Schulden. Anders gesagt heisst das, dass Robert Kiyosaki die Schulden verwendet, hat, um sich diese Häuser zu finanzieren. Allerdings konnte er durch die Mieteinnahmen jeweils die entstandenen Schulden decken. Wenn die Schulden verwendet werden, um Cashflow zu generieren, dann sind es gute Schulden, was bei seinem Beispiel die Aufnahme einer Hypothek von einem Renditeobjekt ist. Das wäre ein Beispiel für schlechte Schulden. Verbindlichkeiten, die Geld kosten, aber kein Geld reinbringen. Gute Schulden bringen Geld rein und schlechte Schulden kosten Geld. Immobilien sind in dieser Hinsicht recht riskant und man muss sich gut damit auskennen. Sobald ein Mieter das Haus verlässt, wird aus seinem Vermögenswert eine Verbindlichkeit, weil kein Geld mehr reinkommt. Auch das Auto kann zum Vermögen gehören, solange es verwendet wird, um Geld damit zu verdienen, in seinem Beispiel als Uber-Fahrer. Das war das Video How Debt Can Generate Income von Robert Kiyosaki. Wenn du mehr Videos wie diese sehen möchtest, dann lass gerne eine positive Bewertung da. In der Videobeschreibung findest du den Link zum Originalvideo, falls du dir das Video in der ganzen Länge ansehen möchtest. Lass mir gerne in den Kommentaren Links zu Videos da, die ich in Zukunft kommentieren soll. Bis dahin, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, hier bei Money Talk. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.